Leitzinswende in London. Die Bank of England senkte den geldpolitischen Schlüsselsatz um einen Viertelpunkt auf 5%. Es war die erste Lockerung seit dem Frühjahr 2020. Die Entscheidung fiel nun mit 5 zu 4 Stimmen denkbar knapp aus. Laut Zentralbankchef Bailey wird die Notenbank in Zukunft vorsichtig vorgehen. Wir müssen sicherstellen, dass die Inflation niedrig bleibt und darauf achten, die Zinssätze nicht zu schnell oder zu stark zu senken, so Bailey. Die US-Notenbank hat den Weg für eine Zinswende zumindest geebnet. Die Währungshüter beliesen den geldpolitischen Schlüsselsatz gestern Abend zwar in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Aber Fed-Chef Powell betonte, unter bestimmten Bedingungen könne eine Zinssenkung bereits auf der nächsten Sitzung im September auf den Tisch kommen. Dazu begrüße ich Carsten Junius, den Chefökonom von Safra Sarazin. Herr Junius, wie weit hat Fed-Chef Powell denn die Tür für eine Zinssenkung im September da aufgestoßen? Hallo Herr Leffner, ich glaube, die Tür ist wirklich sehr, sehr weit auf. So nah waren wir noch nie an einer Zinssenkung dran. Wir dürfen nicht vergessen, die Fed hat uns auch gesagt, dass eine Zinssenkung bereits auf der gestrigen Sitzung diskutiert worden ist, aber da nicht beschlossen wurde. Jetzt, was wichtig ist, was neu ist, ist der neue Fokus auf den Arbeitsmarkt. Das heißt, die Fed schaut nicht nur auf die Inflation, sondern berücksichtigt ihr gesamtes Mandat und sieht, dass sich der Arbeitsmarkt etwas abschwächte. Eine Abschwächung, auf die sie signalisiert, mit Zinssenkungen reagieren zu würden. Wäre eine Senkung im September dann der Auftakt für eine Serie von Zinssenkungen? Also ich gehe ganz fest davon aus, dass wir im September eine Zinssenkung bekommen werden und dass danach auch weitere Zinssenkungen folgen werden. Wahrscheinlich schon im ersten Quartal, eventuell im vierten Quartal, vielleicht auch sogar direkt vor der US-Wahl noch einmal. Denn eins hatte Powell auch klargestellt, die Fed lässt sich von politischen Argumenten nicht beirren. Wir dürfen nicht vergessen, Ex-Präsident Trump hat signalisiert oder klar gefordert, dass es vor der Wahl keine Zinssenkungen geben sollten, um seine Wahlchancen zu erhöhen. Die Fed hat das abgestritten und gesagt, sie wird nicht auf politische Risiken oder politische Entwicklungen Rücksicht nehmen, sondern allein nach ökonomischen Indikatoren entscheiden. Diese würden meiner Einschätzung nach auf den September und dann auf das vierte Quartal mit Zinssenkungen hinweisen. Sagt Carsten Junius. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Die Bilanzflut im DAX hat heute ihren Höhepunkt erreicht, unter anderem mit Zahlen aus dem Autosektor. BMW hat im zweiten Quartal angesichts gestiegener Konkurrenz im wichtigen Markt China weniger verdient als erwartet. Dennoch bleiben die Bayern bei ihrem Ausblick für das Gesamtjahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um fast 11 Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro zurück. Der Konzernumsatz fiel leicht um 0,7 Prozent. Im Autobau ging die operative Marge um 0,8 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent zurück. Und die BMW-Aktie, die musste kräftig federn lassen am Ende des Tages ein Minus von 3 Prozent. Und dazu und zu anderen Zahlen aus dem DAX-Auto-Sektor begrüße ich den Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Herr Dudenhöfer, verstehen Sie die Enttäuschung der Börse über die BMW-Zahlen? Ja, ich verstehe es zum Teil, aber ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben, denn BMW läuft seit Jahren sehr, sehr, sehr stabil. Man hat immer gewisse Schwankungen und diese Schwankungen, Sie hatten es erklärt, sind zum Teil China. Es hat ein festes Produktionssystem, was hervorragend läuft bei BMW. Und man hat mehr Elektroautos verkauft. Elektroautos, die sind eher margenzerstörend im Moment noch für BMW und für die anderen Autobauer. Also von daher ist die Sorgfalt oder die Unsicherheit übertrieben. Aber BMW hat noch jede Menge Luft bei sich. Margenverbesserungen zu machen im Vertrieb. Im Vertrieb arbeitet BMW zum Beispiel in Deutschland mit hohen Rabatten. Und das kostet natürlich ganz stark Gewinnmarsche. Und der Volkswagen-Konzern hat im zweiten Quartal weniger Gewinn gemacht, aber angesichts der Probleme bei seinen größten Marken besser abgeschnitten als erwartet. Das Operativergebnis fiel um 2,4 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg trotz geringerer Verkäufe im zweiten Quartal auch dank des guten Abschneidens der Finanzdienstleistungen um 4,1 Prozent. Der Wolfsburger Autobauer will nach dem Gewinnrückgang auf Sparkurs bleiben. Und die VW-Aktie, die beschließt den Tag mit einem Minus von 3,9 Prozent. Herr Dunhofer, kann VW mit seinem Sparkurs das Ruder dann wieder herumreißen? Ich glaube, es braucht mehr als den Sparkurs. China ist ein großes Thema im VW-Konzern für Porsche, aber auch für Audi, aber auch für die Marke VW. Die Elektroautos funktionieren noch nicht so, wie man sie in China braucht. Und zum Zweiten ist es so, dass bei VW im Konzern derzeit so ein bisschen unklar ist, wo die Richtungen in einzelnen Bereichen hingehen. Schauen Sie, Carriot hat wieder 1,1 Milliarden Verlust gemacht im ersten halben Jahr. Das drückt natürlich sehr stark. Jetzt übernimmt man Revien für eine Milliarde, aber das ist ein Start-up. Und mit dem dann die Software im Konzern auf feste Fundament zu stellen, ist ein Risiko. Das Dritte ist, wenn Sie sich im Batteriebereich anschauen, jetzt will man Vata übernehmen. Wozu das der Fall sein soll, ist auch sehr schwer nachvollziehbar. Also es sind Unklarheiten und dann kommt dazu, insbesondere bei Audi, die ja immer Gewinnbringer waren, dass diese vielen, vielen Vorstandswechsel im Entwicklungsbereich Audi eigentlich fast schon lahmgelegt haben in der Vergangenheit. Also man braucht mehr Zeit und nur sparen ist das falsche Konzept. Und der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat nach dem schwachen zweiten Quartal den Ausblick für das laufende Jahr gekappt. Sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität im Konzern machten die Schwaben am Abend, gestern Abend, Abstriche. Im zweiten Quartal ging der Umsatz um 4 Prozent zurück, das operative Ergebnis um 18 Prozent. Der Auftragseingang macht Daimler Truck mit einem Minus von 5 Prozent ebenfalls wenig Hoffnung. Und das zeigt sich auch in der Aktie. Die verliert 3,2 Prozent am Ende des Tages. Hat Sie die Gewinnwarnung von Daimler Truck überrascht? Es war klar von den Verkaufszahlen, von den Absatzzahlen, dass das erste Halbjahr schwierig wird. Es sind so um die 30.000 Fahrzeuge im Absatz weniger verkauft worden. Und das tut natürlich weh. Da fällt Ihnen ganz klar danach die EBIT-Marsche zusammen, wenn sowas passiert. Aber es ist eine Marktreaktion, die zu großen Teilen auftritt. Bedingt durch Europa, ein schwieriger Markt und einen schwierigen Markt in Asien mit Sonderschreibungen noch, Abschreibungen noch für Photon. Also da kommt einiges zusammen, was vom Markt getrieben ist. Ich glaube, Daimler Truck insgesamt mit einer EBIT-Marsche, Gewinnmarsche von mehr als 8 Prozent ist gut unterwegs im LKW-Bereich. Und wenn man sich die Financial Services anschaut, das ist ja ein Potenzial für die Autobauer, für die Zukunft. Dann werden die gut ausgebaut. Bei Daimler Truck, das sieht man an den Halbjahresszahlen. Also von daher, klar, dieses Jahr wird kein goldenes Jahr. Aber es wird auch kein Untergang werden. Daimler Truck läuft nach meiner Einschätzung stabil. Sagt Professor Ferdinand Dudenhöfer. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne. Tschüss. Und es gab noch viel mehr Quartalsbilanzen im DAX, die zum Großteil eben auch negativ ankamen. MTU konnte lange Zeit heute Punkten mit seinen Zahlen, am Ende dann auch ins Minus gerutscht. Vonovia kann noch punkten, auch am Ende des Tages 2,4 Prozent. Hier will man in diesem Jahr raus aus der Krise vom Verkäufer von Immobilien wieder zum Käufer werden. Merck kann ebenfalls punkten mit 1,5 Prozent. Hier lief die Zulieferung fürs Halbleitergeschäft wieder an. DHL aber eine große Enttäuschung, 6,3 Prozent hier nach den Zahlen. Und der DAX ist insgesamt heute kräftig unter Wasser gekommen. Im Laufe des Tages ging es immer weiter nach unten. Am Ende des Tages ein Minus von 2,3 Prozent. Das lag zum einen eben an diesen Bilanzen. Aber dann im Fahrwasser der Wall Street sind wir weiter unter Druck gekommen. Die Wall Street, die hat erstmal positiv eröffnet. Auch nach der Zinswende, die gestern zumindest angekündigt wurde in den USA. Davon hat man anfangs im Dow Jones noch profitiert. Dann aber ging es ins Minus, 16 Uhr kamen schwache Konjunkturdaten. Sowohl der Einkaufsmanagerindex aus der Industrie ist schwächer ausgefallen als erwartet. Deutet darauf hin, dass sich die Talfahrt in der US-Industrie beschleunigt. Und dann auch noch rückläufige Bauausgaben. Überraschenderweise, das war die Mischung, die dem Dow nicht gefällt. Und es gab aber auch noch einen Lichtblick bei Zahlen zumindest von Meta. Gestern nach Börsenschluss in New York, da gab es die Zahlen der Facebook-Mutter. Und da profitiert man von brummenen Werbeeinnahmen. Ein Plus von 7 Prozent bei dieser Aktie. Ein Plus von 7 Prozent bei dieser Aktie.